Wir haben Flirt-Coach Nina Deißler bei uns und wir spielen Schnelli-Schnelli. Nina fängt an, Astrid zieht nach, 15 Sekunden Zeit und zwar Lieblings-Kosenamen. Schnelli-Schnelli. Hasi. Muschimausi. Mäuschen. Eichelprinz. Das kann ich nicht stoppen. Zaubermaus. Wurzel. Schnupsi. Puschibärchen. Puschibärchen. Ja, Hasi. Stopp. Ich glaube, ihr habt beide gewonnen, wie immer bei diesem Spiel. Und der Eichelprinz, meine sehr verehrten Damen und Herren, der geht jetzt schon in TalkDots Historie ein. Und Nina folgt dieser Historie als Gast in der nächsten Show. Und darauf freuen wir uns richtig. Ja, und wir. Ich mère- Richard. Nein, ich nehme eine Lieblingsmix. Ichadeschle.